Warum kann man die Energie von Blitzen nicht speichern? Wie ich die Frage vorgelesen habe, waren alle hier im Studio der Meinung, das sei eine gute Frage. Ja. Warum kann man die nicht speichern? Nein. Der Blitz ist zu schnell. Und so viel ist auch gar nicht drin. Aber man würde ja gerne die Gewalten der Natur, also die Energien, die in der Natur sind, nämlich in der Atmosphäre sind, die würde man ja gerne speichern. War schon immer so. In der Antike hat man, glaube ich, Metallstäbe hochgehalten, um irgendwie an die Energie von Blitzen ranzukommen. Das ist den Metallstabhochhaltern im Allgemeinen. Ja, die sind irgendwie verbrutzelt. Ich weiß jetzt nicht, was auf Antik verbrutzelt heißt. Aber muss man mal gucken. Vielleicht gibt es auf Lateinisch oder auf Griechisch irgendwie für den Verbrutzelten. Vielleicht haben wir das nur nicht. Also mir ist es jetzt nicht bekannt. Es ist aber überhaupt ein außerordentlich interessantes Problem und nicht nur ein Problem der Jetzt-Zeit, wie man Energie speichert, weil im Zusammenhang mit der Energiewende ist das ja ein ganz großes Thema, sondern wieso kann man eigentlich Energie nicht einfach speichern? Ich meine, man kann ja auch Bier speichern, also in Flaschen. Flüssigkeiten kann man speichern, man kann sogar Gas. Also warum ist das so ein Problem, Energie zu speichern? Und vor allen Dingen, was wäre denn die richtige Form von Energie, die man dann irgendwie speichern kann? Also das ist so, wie kann man zum Beispiel die Gehirnenergie speichern, die manche Leute hier... Bei manchen gar nicht. Also ich meine, boah, wer soll denn das? Ja, du. Kinder, ich wollte eine schöne Sendung machen über Energiespeicher. Hier ist zum Beispiel jetzt auch ein großes Problem gespeichert. Das Problem... Ach du Schande. Ich hatte mir hier nämlich so ein Diagramm mitgebracht, muss ich nachher mal... Erzähl ich nachher, wie das funktioniert, wie das speichert. So, also, wenn ich jetzt den Kaffee da weg tue, ich denke ja, dass der Rahmen... Ja, nimm erst die Tasse. Ich nehme erst die Tasse, dann kann ich... Soll ich dir halten die Tasse? Sei bitte so gut und halt mir die Tasse, um Gottes Willen. Ich danke dir, aber verbrenn dir nicht. Nee. Gut, und jetzt drücke ich mal zusätzlich den Stuhl hier. Ah, da ist auch Energie drin gespeichert. Man sieht hier also, dass der Stuhl tatsächlich ein ganzer Stuhl ist, der ohne jede Fehl und Tadel. Ich danke dir. Ja, kein Problem. So. Und jetzt ist der Moderator auch so weit, dass er arbeiten kann. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen. Also Energie speichern. Energie ist ja auch eine Erhaltungsgröße. Energie kann ja nicht erzeugt werden oder vernichtet werden, sie kann nur verwandelt werden, sie kann transformiert werden. Das ist übrigens eine ganz wichtige Erhaltungsgröße im Universum. Sie sagt uns etwas über die Struktur der Zeit. Aber da erzähle ich Ihnen auch nochmal was drüber. Also Energiespeicherung. Wie wäre es also, ich hebe die Tasse hoch? Nun, machen wir es mal so. Jeder Änderung eines Zustandes braucht eine Kraft. Und Kraft mal Weg ist Energie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Tasse hochhebe, dann hat die Tasse eine andere Lage und ich könnte jetzt durch Fallenlassen der Tasse diese Lageenergie in Bewegungsenergie verwandeln. Wobei vermutlich der Kaffee zunächst mal oben bliebe, weil der hat das noch gar nicht mitgekriegt. Der käme dann später unten an. Am Anfang würde nur die Tasse runterfallen und dann würde auch der Kaffee runterfallen. Die Trägheit hat halt so ihren Preis. Also, wir können uns das schon vorstellen. Man könnte also alleine nur dadurch, dass ich jetzt die Energie nähme und ich könnte die Tasse hier oben hinstellen, dann wäre die Lageenergie in der Lage der Tasse gespeichert. Ich muss aber zunächst die Lage dann eben tatsächlich auch überhaupt erreichen können. Das klingt trivial. Okay, klingt eigentlich lächerlich. Man kennt das ja. Also wir pumpen Wasser hoch, im Pumpspeicherwerk zum Beispiel, wir pumpen Wasser hoch. Und wenn wir das Wasser wieder unten haben wollen, lassen wir sie runterfallen. Also man könnte jetzt dazwischen so eine schöne Turbine setzen, dann würde man aus dem sich bewegenden Wasser sogar eine Turbine antreiben, dann könnte man den elektrischen Strom irgendwo abzapfen und so weiter. Also wir wissen alle, wovon die Rede ist. Nämlich von der Möglichkeit, einen Zustand zu erreichen, der nicht dem Gleichgewicht entspricht. Im Gleichgewicht, da ist ja alles gleich. Aber sobald ich ein Ungleichgewicht erreiche, habe ich die Möglichkeit, eben Energie tatsächlich in diesem Ungleichgewicht zu speichern. So zum Beispiel den unterschiedlichen Wasserstand. Wenn ich Wasser hier oben hinbringe, normalerweise wird Wasser sofort was tun. Es wird natürlich bergrunter fließen. Genau, es wird bergrunter fließen. Und dann wird man hier unten am Berg einen gleichmäßigen Wasserstand erreichen. Das ist völlig klar. Aber wenn ich es jetzt schaffe, künstlich dieses Ungleichgewicht aufrechtzuerhalten, habe ich damit einen Energiespeicher. Nämlich, das kann so lange da oben liegen bleiben, bis ich es runterfallen lasse. Und nur darum geht es. Es geht darum, beim Energiespeichern geht es darum, wie kann ich entgegen der allgemeinen Tendenz im Universum, ein Gleichgewicht zu erzeugen, Ungleichgewichte herstellen. Wie schaffe ich das? Und eine der wichtigsten Formen des Nicht-Gleichgewichts ist die Bewegung von negativ geladenen Teilchen relativ zu positiv geladenen Teilchen. Das nennt man elektrischen Strom. Wenn es also gelingt, mit Hilfe von irgendeinem Verfahren Teilchen, die negativ geladen sind, relativ zu den positiven Teilchen zu bewegen, hat man einen Energiespeicher. Deswegen ist es überhaupt nur möglich, mit Hilfe von elektrischem Strom Arbeit zu leisten. Man kann nämlich nur dann Arbeit leisten, wenn man aus dem Energiespeicher freie Energie nimmt. Wenn also so ein Strom durch so einen Verbraucher fließt und der macht den Verbraucher warm, äh, ja, könnten wir ja schon mal, von der Wärmedecke und so weiter, dann kann man mit dieser Wärme, die dieses Bewegen der Teilchen in dem Stromleiter verursacht, mit der Wärme kann man nichts mehr anfangen. Gut, jetzt natürlich beim Tauch sieht er schon, weil da benutzt man ja die Wirkung des Stromes ausdrücklich dazu, um so viel Wärme zu erzeugen, dass man Wasser erhitzt, klar. Aber diese Bewegung der negativ geladenen Teilchen relativ zu den positiv geladenen Teilchen, das ist die höchste Form von Energieunterschied, die wir im Universum überhaupt möglich machen können. Im Grunde ist das Premium-Energie, das Beste vom Besten. Aus elektrischem Strom kann man alles machen. Wärme, man kann die Chemie damit machen, kann Moleküle auseinandernehmen. Elektrische Energie ist das Allerfeinste, was es an Energie im Universum gibt. Also sowas Schönes. Bei Wärme zum Beispiel hat man echt ein Problem. Bis man die Wärme zu irgendwas kriegt, was muss man machen, damit man die Wärme zur Arbeit zwingt? Man muss was Kaltes drumherum machen, damit die Wärme hin zum Kalten fließt. Oder Konzentrationsunterschiede von Salzen. Da kann man zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt Salzwasser und nehmen Nichtsalzwasser. Dann müsste ja irgendwie das Salzwasser versuchen, mit dem Nichtsalzwasser, also mit dem Süßwasser, das ist ja auch schön, Salzwasser und Nichtsalzwasser, also Süßwasser, die würden dann versuchen, ein Gleichgewicht zu erzeugen. Nämlich, dass der Salz gleichmäßig in beiden Gewässern verteilt ist. Ja, aber was für ein Aufwand, was für ein Irrsinn. All diese ganzen Dinge, die damit verbunden sind, Ungleichgewichte auszugleichen in der Natur, das alles gipfelt in der Frage, wie komme ich an das beste Ungleichgewicht aller Ungleichgewichte heran. Nämlich den elektrischen Strom. Tja. Und das ist auch die Frage, die zur Energiewende gehört. Tja. Wie kann ich die elektrische Energie, die ich zum Beispiel durch Windkrafträder erzeugt habe oder freigesetzt habe, ich muss ja vorsichtig sein, oder Photovoltaikanlagen oder Biogasanlagen, wie kann ich die Energie, wenn sie zu viel ist, wenn sie nicht verbraucht wird, wie kann ich sie speichern? Die Speicherproblematik ist ein ganz zentrales Thema der Energiewende. Wie geht das? Und jetzt habe ich hier extra so ein Diagramm, das zeige ich jetzt mal vor hier sozusagen. Also hier auf dieser Achse, auf dieser Achse ist die Speicherzeit, hier unten sind die gleichen Speicher, die gleichen, die kleinen Speicherzeiten, hier die großen. Hier ein Jahr Speicherzeit, muss ich überlegen, hier oben ist ein Jahr und hier unten die Sekunde. Dann haben wir hier also die Leistung, die gespeichert werden kann, also die Energie pro Zeit, die gespeichert werden kann, eigentlich ist es die Gesamtenergie, die gespeichert werden kann. Und jetzt kann man sich dann vorstellen, wenn ich ein elektrisches Gerät habe, zum Beispiel, da sind Kondensatoren drin, da habe ich so zwei Blättchen, da kann ich also die elektrische Energie für wenige Sekunden drin speichern. Das ist auch nicht so viel und dann geht das immer weiter. Also ich kann von diesen Kondensatoren, da kann ich Energie speichern, in Spulen kann ich Energie speichern. Aber wenn ich so eine Stunde zum Beispiel Energie haben will, dann nimmt man Batterien. Da kann man auch schon ganz ordentlich. Also zum Beispiel auch in Autos werden ja inzwischen Batterien hineingebaut, in Elektroautos, die können sogar über mehrere Stunden eine ganze Menge an Energie. Also da kommt man langsam an den Bereich ran, der zum Beispiel innerhalb von wenigen Stunden in einem ganzen Haushalt verbraucht werden kann. Und dann kommt man an die ganz großen Speicher ran. Also Fernwärmespeicher zum Beispiel durch Kraft-Wärme-Kopplung ließe sich Fernwärme speichern in den großen Röhren der Fernwärmenetze. Dann hätte man Pumpspeicher, damit ließe sich für einige Tage und einige Wochen zum Beispiel elektrische Energie speichern, nach einem Verfahren, das Sie alle kennen. Ja, also wir nehmen die elektrische Energie, pumpen Wasser hoch und das Wasser bleibt dann da oben liegen und dann kann es wieder runterfallen. Pumpspeicher-Kraftwerke oder Pumpspeicher-Werke haben allerdings das große Problem der Akzeptanz in der Bevölkerung. Also da kann ich als Naturwissenschaftler eigentlich gar nichts zu sagen, aber man merkt natürlich, der Flächenverbrauch von einem großen Pumpspeicher ist ein Problem. Dann gibt es Druckluftspeicher, also man drückt elektrisch praktisch Luft zusammen und wenn man diese Energie haben möchte, dann holt man sie wieder raus. Ja klar, wie bei einer Luftpumpe. Also wenn ich von außen elektrisch eine Luftpumpe verwende, könnte ich ja zum Beispiel, ich könnte elektrisch Reifen aufpumpen und könnte dann die Luft wieder durch das Ventil rausschießen lassen. Nur man merkt natürlich, wenn ich das also dann da reinpumpe und wieder rauskommt, dann verliere ich natürlich was. Wie bei all diesen Speichermedien man das Problem hat, dass natürlich der Wirkungsgrad jetzt nicht 100% ist. Ist ja auch klar, wo ist schon was 100%ig im Leben? Also Speicherfähigkeit bedeutet auch, dass man eben hoffentlich nicht so viel verliert. Also Druckluftspeicher wäre eine Geschichte und dann haben wir als nächstes Großes in diesem Diagramm, hätten wir dann die ganz großen Kavernenspeicher. Wo man richtig Methan und Wasserstoff vielleicht speichert und dann gibt es eben ein Verfahren, da würde ich gerne mal drüber reden. Kennst du Power to Gas? Nee, hattest du das mal so schon mal erwähnt? Ist eine irre Geschichte, finde ich super. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin frei jedes ökonomisches Interesses, erst mal vorweg. Mir geht es rein als Naturwissenschaftler darum, mal zu erklären, wie man das machen könnte, wie man richtig große Mengen an Energie speichern könnte und dabei sogar eine vorhandene Infrastruktur verwenden könnte. Also fangen wir mal an. Und zwar nehmen wir zunächst mal das Kohlendioxid aus der Luft raus. Das kann ja nichts schaden angesichts des Anstiegs an Kohlendioxid in der Atmosphäre. Also Kohlendioxid, Treibhausgas und so weiter. Also das nehmen wir raus, würden es unten, also praktisch unterirdisch, mit einem anderen Gas zusammenbauen, nämlich mit Wasserstoff. Wo kriegen wir den Wasserstoff her? Wir nehmen überschüssige elektrische Energie und zerteilen damit Wasser. Wasser heißt ja H2O. Also in zwei H und ein O. Das O lassen wir raus, das ist Sauerstoff, das können wir vielleicht später noch gebrauchen. Aber jetzt haben wir H und wir haben das CO2. Und daraus lässt sich in einer chemischen Anlage, und zwar haben wir vorher, achten Sie bitte drauf, wir haben die elektrische Energie verwendet, um das Wasser zu spalten. Da werden wir, da kommt unsere elektrische Energie rein. Dann bauen wir mit Wasserstoff und Kohlendioxid Methan. Methan ist ein Gas, was wir in Deutschland durch große Rohre führen, nämlich durch Erdgasrohre. Merken Sie was? Also wir könnten zum Beispiel unsere überschüssige elektrische Energie dazu verwenden, Wasser zu teilen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen, das Ganze in Methan zu verwandeln, Wasser wieder abspalten, weil in dem CO2 ist ja genau ein O2 drin. Das können wir ja noch verwenden, wieder um Wasser zu erzeugen. Und währenddessen haben wir also Methan, das können wir in das Erdgasnetz reinschicken. Und wir könnten, also unser Erdgasnetz hat die Möglichkeit, einen erheblichen Teil der Energie, die ganz Deutschland verbraucht, zu speichern. Wahnsinn. Also wir könnten an verschiedenen Stellen in Deutschland überschüssige elektrische Energie, die irgendwo entstehen, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, sagen wir mal, in der Nordsee, da bläst der Wind wochenlang, und wir haben Strom ohne Ende, elektrische Energie ohne Ende, und anstatt diese elektrische Energie zu verschenken, das wird ja momentan, leider Gottes, immer häufiger verschenkt, wir produzieren ja teilweise so viel elektrische Energie mit Windpower, dass ganz Europa davon mit bedient werden kann, teilweise müssen wir sogar noch Geld dafür geben, damit die anderen Länder uns den Strom abkaufen. Anstatt das so zu machen, könnten wir die Energie speichern, indem wir Wasser zerlegen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre holen, das Ganze in Methan verwandeln und dabei auch noch die Infrastruktur verwenden, die wir schon haben. Das wäre doch eine Maßnahme. Die Möglichkeiten, die Speichermöglichkeiten dieses Systems sind grandios. Bewegungsgrad ist nicht so gut, aber das braucht uns eigentlich gar nicht so zu interessieren, denn Windpower von der Nordsee, überhaupt die Windanlagen, die wir haben, die produzieren ja jetzt schon so viel Strom, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit, wenn der Wind bläst. Und, was auch schön wäre, wir hätten damit die Möglichkeit, wenn es wirklich kritisch wird, also wenn zum Beispiel der Wind nicht so bliese, auch ein schöner Konjunktiv, wenn der Wind nicht so bliese, könnten wir das Gas, was wir vorher als Speichermedium genommen haben, dafür verwenden, die Gaskraftwerke zu betreiben, die wir brauchen, um unseren Stromhaushalt stabil zu halten. Eine Win-Win-Situation für alle. Power to Gas. Power to the people and power to gas. So macht man das.